An alle Bademantelträger steht ihr mir bei Nehmt den Bademantelkürtel und dann wedelt den Kreis Dreht ihn noch schneller, noch schneller So geht der Propeller Er dreht sich und die Mädels finden zwei Okay Wenn jetzt wieder das Schlafpuder kommt und das Schlafpuder neu trifft Dann rastet sich komplett aus Aber wir sollten schneller als Hobelupf sein, denke ich Dementsprechend werden wir jetzt auf jeden Fall Mal Oh, soll ich im Egelsamen drücken? Ich drücke im Egelsamen Was stellst du hier mit mir an? Okay, komm, Finte Gib Aber ich lebe noch Ich habe wirklich Angst zu versagen Oh, da ist eine Feuerblume Gott segne dich Feuerblume Du seist gesegnet und wisst ja, wer Gott ist? Ich Selbstverliebtheit Richtig Wallabilla bin und viel ist besser Was ist passiert? Ich komm nicht rein, ich komm nicht Auf und was hier Hallo Die Exorzistin heißt Yo Das war jetzt zweideutig gemeint, oder? Yo Aber die zwei Eier, die Sie da hätten Vielleicht reichen die ja zumindest für die Oberin und mich Können Sie mir die mal zeigen? Yo So Ist ja noch relativ unerfolgreich und auch noch tot Ich will wieder einen Katzenanzug Dieser Spindash in der Luft, der ist so strong Aber das war kein strong move von mir Ja, das war, das war, das war, das war, das war Mulubik von mir Ja, wie seht schon, wir hüpfen einfach über die Stacheln Und jetzt was Das ist der Vorfell-Fack Na klar Fuck auf Aber Yo Ist eine ziemliche Maschine und ist mittlerweile auch Ist es mein erstes Pokémon mit 100 KP? Nein Alex Und Knarf Und Paula Okay Bruder muss los Wir warten darauf, dass du uns deine hässlichste Fratze zeigst Einzigartige Preise zu gewinnen Ne, okay, sie reagieren nicht auf meine Er durfte mich nicht sehr effektiv treffen Er durfte mich nicht sehr effektiv treffen Er durfte mich nicht sehr effektiv treffen Würde ich jetzt schätzen Er trifft mich sehr effektiv Das war so absehbar Es war so absehbar Es war so absehbar Going nowhere Going nowhere Okay Was ist das für ein Kampf Was ist das für ein Kampf Nein, stopp So Er wird doch jetzt Schlafpude mal missen Ich werde jetzt richtig sauer gleich Ich werde nicht richtig sauer Ey Und siehst du sitzen, Oko Ey Oben breit und sind schmal Ich bin die Schlüsselfigur Ey Das ist Das ist nicht normal Oh, du hast einen beschwerlichen Weg hinter dir Du scheinst ein wahrer Held zu sein Sieh doch, du hast die Aussicht nicht wunderschön Wechsel den Blickwinkel mit dem Auge Mach kein Auge, Bruder Mit Hilfe vom Joystick kannst du dich umschauen Okay Okay, okay, alles klar Ich muss versuchen Ich muss versuchen aufs Gesicht natürlich zu gucken, ja Und nicht einfach auf die Busen, Leute Ist ja klar So was macht man nicht Ja, eine wahrlich wunderschöne Aussicht, junge Dame Wenn jetzt kein Schlafpuder trifft Wenn jetzt kein Schlafpuder trifft Dann ist es besiegt Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll Ich Ich bin sprachlos Ich bin sprachlos Das ist Ich bin so wütend Ich bin so wütend Oh, guck mal Aber es ist ein stärkstes Es ist ein stärkstes Pokémon Und Jojo zündet es mit einem One-Hit-Ko Raus Ja, man Porsche Cayman S, Jungs Jawohl, ja Das war es jetzt tatsächlich Wie bereits erwähnt Die Königreiche wurden noch ein bisschen verändert Aber das sind Sachen, die ich mir Ab jetzt noch nachfolgend in Stream-Projekten angucken werde Also wenn ihr sie nicht verpassen möchtet Dann lasst doch ein Abo Ja 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 Untertitelung. BR 2018